Im Zeitspringen am Donnerstag blieben beide fehlerfrei, Deusser belegte hinter der Siegerin Elisabeth Madden USA Breitling, Platz 2 Inning wurde Vierter. Der Bundestrainer Otto Becker war super zufrieden mit unseren beiden Pferden und ihren Reitern. Das war für uns der erhoffte gute Auftakt, Markus Inning kann in Paris als erster Springreiter überhaupt zum vierten Mal den Weltcup gewinnen. Das Zeitspringen zählt als erste von drei Prüfungen zur Weltcup-Wertung. Zweiter Wettbewerb ist am Freitag das Springen mit einem Umlauf und Stechen. Die 30 Besten der Gesamtwertung starten am Sonntag im Finale mit zwei Umläufen und Stechen. Titelverteidiger ist MC Leinward USA, dessen zwölfjährige Stute HH Azur kürzlich vom Weltverband Vey als bestes Springpferd der Welt ausgezeichnet wurde. Nach einem Abwurf belegte Wart im Zeitspringen allerdings nur den zehnten Platz. Das Weltcup-Finale bildet in jedem Jahr den Abschluss der Hallensaison. In der Dressur, die am Freitag mit dem Grand Prix beginnt, peilt die sechsmalige Olympiasiegerin Isabel Wert-Rheinberg ihren vierten Weltcup-Triumph an. Im Vorjahr gewann Wett auf ihrem Erfolgspferd Weilgold, mit dem sie auch in Paris am Start ist, das Finale in Omaha-Nebraska. Nebenwerb vertreten in der Dressur Jessica von Bredow-Werndl-Aubenhausen, mit dem Hengst- und Ehe-BB- und Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider-Framersheim, mit dem Wallach-Sammy-Davis-JR. Die Deutschen Fahrer